Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Forrest und ja ich bin heute leider alleine auf dem Server hier. Ganz einfach weil Draxa hat leider keine Zeit. Kubani habe ich gefragt aber so spontan bei mir ist es jetzt schon ziemlich spät und ja das muss dann jetzt wohl mal alleine gehen aber das macht gar nichts denn ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen und dann können wir auch gleich mal testen ob das spiel vielleicht jetzt beim speichern nicht mehr abschmiert am ende so wie das letzte mal und ich habe verdammt noch mal hunger wo ist das essen das hat doch Draxa das letzte mal irgendwie umgebaut da vorne ich sehe es schon da müssen wir mal gucken ob da noch was vorhanden ist und trinken wäre auch nicht schlecht und nein hier ist nur trinken wo ist denn das essen hingekommen verdammt das essen das essen ich bin verwirrt ach doch warte mal das war hinten auf der terrasse glaube ich noch da gucke ich mal ganz kurz hin ach verdammt das hat er ja nicht gespeichert ist es da noch vorne ich bin jetzt wirklich mehr als nur verwirrt und das ding ist auch weg und unser Hausboot ist auch weg ich glaube die haben beim letzten update haben die irgendwas kaputt gemacht ich habe noch was zum essen dabei spoilt verdammt ja ist ja gut try it fresh den essen wir mal noch schnell hinterher die haben glaube ich mit dem update das heute raus kam ein paar sachen verändert so damit das nicht mehr funktioniert das dach hier vorne ist auch nicht mehr drauf doch ist noch das dach ist noch da okay das ist schon mal nicht so verkehrt dann aber das hausboot ist weg und das ärgert hallo 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 jetzt und das ärgert mich doch schon sehr ein bisschen okay das zeug ist noch da habe ich denn meinen getränke beutel eigentlich den habe ich den habe ich gemacht aber das ist glaube ich nichts gewesen weil ja spiel abgestürzt und so das wird das wird interessant aber ich habe einen ganz großartigen plan für heute denn hier möchte ich ehrlich gesagt ohne draxa oder ohne einem anderen nicht weitermachen deswegen werde ich einfach mal rüber gehen und unsere alte basis versuchen einzureisen denn ich denke das wäre mal an der zeit und das können wir schön tun ohne dass wir da jemanden dabei brauchen und dann können wir uns ein bisschen schön unterhalten bisschen schwachsinn labern und vielleicht auch den ein oder anderen gibt eingeborenen weg schnetzeln das wird sich vermutlich denke ich mal überhaupt nicht vermeiden lassen die werden ja so langsam aber sicher auch hier ist sogar schon wieder aggressiv aber wir gucken jetzt einfach mal wie weit wir kommen und ich tausche mal ganz kurz das feuerzeug gegen den kassettenspieler bezüglich meiner energie es wäre nur schön wenn er ihn auspacken würde danke so dann kann ich da nämlich ein bisschen mehr rennen und dann ist dem jut so da hinten oben müsste sie irgendwo sein ja da sehe ich auch schon den steinweg da frage ich mich auch denn ich habe gelesen dass mit dem update jetzt die steine entfernt wurden irgendwie ich bin mir nicht sicher das könnten oder laufen sich wieder okay ich gehe mal ein stückchen zurück dann können wir mal ganz kurz ins buch schauen ob denn diese steinwege zum beispiel noch da sind ja sind noch da okay dann war das wohl eine fehlinformation soll mich aber eigentlich nicht stressen weil sind ja noch da so das wird jetzt das wird jetzt wirklich das wird interessant wie machen wir das dass das ding hier verschwindet was haben wir da oh hier haben wir noch ein bisschen was zu trinken das ist natürlich hervorragend alkohol haben wir auch noch ein bisschen da und knochen sind ja auch noch massenweise alter schwede mal her da gib mal raus man da mache ich mir nämlich gleich mal ein bisschen bonar moore ich glaube das war eine zu viel was braucht man da noch klopft glaube ich na ne ne wie ging denn bonar moore noch mal pass mal auf das waren doch fünf so drei vier fünf eins zwei drei vier nein sechs ja okay so geht er so so ist schon ein bisschen her eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei ja wunderbar weil dann bringen wir die knochen hier auch noch weg wäre ja schade wenn wir die mit weg sprengen würden oder so eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei na hier ist noch einer kommt sehr gut wunderbärchen eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei habe ich jetzt sechs so dann wehren wir den hier gleich noch halt das bringt mir so nichts das muss ich so tun und dann bauen wir hier einfach noch so drei vier fünf sechs also drei halt das geht so wieder nicht dann müssen wir erst wieder nachfüllen genau und dann machen wir jetzt einfach so viele wie geht und den rest tragen wir als knochen mit und hängen die vielleicht auf eine knochenrüstung oder so dann hat drax auch noch was davon oh hier ist auch noch was zum essen die nehme ich so weit geht auch noch mit kann carry more deerskin okay dann ist das erledigt und dann haben wir hier noch ein paar rabbits haben sich die vermehrt zwei vier sechs waren da schon immer sechs stück drin ich weiß es gerade gar nicht aber die haben die textur irgendwie geändert oder die modelle die sehen jetzt ein bisschen low poly mäßig aus weiß ich nicht weiß ich nicht keine ahnung aber jetzt hauen wir erstmal hauen wir erstmal den stuhl hier weg na komm sehr gut frag mich sowieso soll ich es eigentlich wirklich abreißen oder machen wir mal nur hier das häuschen weg und dann könnten wir diese ganzen fahnen da vorne noch ablaufen und die auch wegreißen weil eigentlich ist das vielleicht so als zwischending ein ganz cooler cooler rückzugsort noch da hängen auch noch unsere unsere bilder aus der kunstgalerie hängen da noch in den bäumen was da denn eigentlich los so das treppchen hier muss auf jeden fall weichen dann können wir auch mal schauen die haben allgemein glaube ich ein bisschen am shader was verändert und das wirkt jetzt ein bisschen anders ich weiß nicht ich habe aber auch schon muss ich ja wirklich zugeben ein paar tage nicht mehr gespielt ein paar tage ist noch untertrieben oh da haben wir freunde und da ist eine mauer wand eingerissen ja und sie haben mich gesehen natürlich auch der der stein hier der sieht jetzt anders aus nicht wahr da ist ein lurch und ein paar hasen so und wenn ich hier jetzt runter gehe dann ist da hinten offen oder ja da haben sie also alter nein ernsthaft was geht mit denen jetzt ab da habe ich ihn getroffen ich glaube schon ja jetzt habe ich auf jeden fall getroffen und auch die die ränder entfernung ist verändert habe ich vielleicht deswegen das boot nicht mehr gesehen und es ist doch noch da okay wir müssen das ding hier glaube ich nicht selbst einreisen dafür sorgen die eingeborenen na super ich verschieße die ganzen pfeile ist doch scheiße hallo so treffer na toll du Eimer die sind ja bescheuert jetzt hier au ombre komm her du wirst fallen dauert ganz schön lang aber hallo der lag doch grad schon fast so jetzt aber jetzt aber und wo ist jetzt der andere der meine ganzen pfeile im rücken stecken hat der hat sich jetzt verdrückt oder das war klar das war klar na super wo ist er denn hinrand ich hätte nämlich gerne meine pfeile wieder muss ich ganz ehrlich zugeben oh da hängt einer in der falle schau mal an das ist aber nicht zufällig der kollege oder ne das ist ein anderer das ist ein anderer so das ding hier möchte ich gerne weg haben so cornflowers kann ich bestimmt mitnehmen nein can't carry dann halt nicht so komm das ding muss weg sehr gut ich repariere hier auf jeden fall nichts aber ich denke ich lasse es stehen einfach so als als rückzugs ort wenn man hier vorbeikommt dann kann man hier mal zumindest eine kleine runde entspannen aber reparieren könnten wir ne komm drauf geschissen so und wie kommt der eingeborene hier drüber uah und ich was wo hä da 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 ist er der hat meine pfeile der sack so da können wir aua aua ah da vorne sind nochmal welche hier ich möchte ja eigentlich erstmal nur meine pfeile bitte was ernsthaft jetzt hat er sich nochmal kurzzeitig aufbäumen können hier so und wo sind die anderen hin ich höre nur einen Hasen rennen der Hase ist mir relativ egal ähm wo ist denn wo ist denn da ist er da ist er kann man das Ding ich will das Ding hier irgendwie muss man das doch zerstören können oder oder aua 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 so der ist erledigt okay sind das die mit der Maske weil dann sind die deutlich weniger bepowert jetzt aber das sind nicht die mit der Maske okay das sind schwächere okay 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 so okay